Ich bin so glücklich und es sind noch mehr. Es sind noch... ich geh fappen. Alter, wie viele sind das bitte? 6 verfickte Diamanten! Es ist so geil, dann haben wir 5. 3, dann habe ich... Ich könnte mir theoretisch noch einen Diaspitzer gemacht. Keine Ahnung, wir brauchen auf jeden Fall noch mindestens einen Diamanten, dann können wir uns Diaschuhe machen. Nennen wir zumindest etwas. Wobei eine Hose oder einen Brust lieber wäre. Deswegen warten wir damit. Außer wir gelangen in Gefahr. Ich traf hier noch ein bisschen weg. Ich hoffe, dass es immer Zufall ist, dass hier noch etwas nebenan ist. Wer weiß, wer weiß, vielleicht sind hier noch ein paar. Ich kann einfach so geil sterben gehen. Hier ist schon niemand wahr. Wer auch immer hier... Du hast verkackt... Mo... Ha... 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 Da musste ich mal kurz... Ha... So... Alles wieder sitzen, richten... Alter, wir haben jetzt... Ey, ist das... Es ist so geil. Es waren einfach 6 Diamanten. Ey, ich kann... Ich kann wirklich sterben. Alter, weißt du jetzt, wo es anfängt? Da... Ich sag ja, die Höhlen sind die besten Mietenarten. In den Höhlen findest du immer Diamanten. Ich könnte so glücklich sterben gerade, ne? Wir können jetzt einfach einen Brustpanzer basteln. Wir können einfach... Ich gewinn das, ne? Leute, ich hab euch gesagt, ich gewinn das. Also, Höhlen, Schaffner, Höhlen... Nein, ich bin zu stark. Ja, 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 ja! Ich gewinn das! Ah, es ist so geil. Es ist so geil. Es ist einfach so geil. Es ist so geil. Das ist ungeil. Wollte eigentlich gar nicht tun. Achso, ich hab den ganzen Gis eingesammelt. Wir gehen da jetzt noch hoch. So viel Zeit lassen wir uns. Ich muss hier mal ganz schnell diese Folge hier verpissen. Weil wer weiß, wo wir hier sind. Oh Gott. Vielleicht ist es ja noch aktiv hier. Oh Gott. Komm schon. Ein, zwei Diamanten wären schön. Wir gehen mal hier durch den Gang und gucken mal, wo wir hin gelangen. Vielleicht gelangen wir ja an irgendeine Base, die wir ein bisschen greifen können. Jörg, und das ist echt alt. Du, du, du du, du ... Du, 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 du... Liest. Ich hab ihn schon. Es ist gerade einfach so geil, so geil, so geil, so geil, so geil. Ich habe gerade einfach so viel Glück. So viel fucking Glück. Ich könnte flappen. Dann müssen wir noch mal hier durch. Auch noch mal dicht machen und dann nehmen wir uns ein Slime-Lime mit. Wenn wir die haben, irgendwo hier ein kleines Fest. Nehmen wir uns mit. Slime-Bölle, dafür kann man nie genug haben für Sticky Pistons. Dann basteln wir uns aber auch von welche. Und wir die immer bereit haben. Weil wenn wir mal irgendeine Folge haben, wo wir schnell eine Falle bauen müssen, dann haben wir das nämlich. Er hat mich scheinbar schon mal am Target. Was ist das denn, Minge? Nein! Ich habe keine Finger zu. Ich bin jetzt weg. Das da hin, das da hin, das da hin, das da hin. So. Ich brauche nämlich nicht. Ich brauche nämlich nicht. Wow. Den gönnen wir uns jetzt. Jetzt haben wir auch noch ein paar Dinge dabei. Slime-Bällchen. Wissen. Tschüs. Du-du-du-du-du-du-du! Du-du-du-du-du! Tschüs! 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 Hink! Und weg hier! Und weg hier! Ab nach Hause! Also, ich will sagen, wir verpissen uns bald mal. Weil jetzt leben wir ja lange genug schon hier. Verpissen uns ein bisschen. Wir verpfissen uns ein bisschen. sind. Wir müssen uns ein bisschen ausfahmen, XP und noch ein bisschen essen. Wir brauchen uns ja ein schnickes Haus, mal schauen. In Nether würde ich auch viele andere mal gerne rein. Hm, schade. Wenn ich mich in die Irre, dann war eigentlich wie Diamant nicht gefarmt hat. Auf der höheren Ebene. Nur ich wollte nicht die Koordinaten machen. Würde ja theoretisch hinkommen. Oh, es wächst und gedeiht. Jetzt werden wir etwas tun. Ich schmeiß mal alles weg hier. Das können wir da schon mal reinschmeißen, das können wir da reinschmeißen. Du bist auf dem Weg, ich bin kein Stein. Und dann machen wir jetzt mal ein bisschen Aufräumarbeit hier. Ich weiß, ihr hättet das Leder damals sich wegschmeißen dürfen, das war vielleicht ein Fehler, nur YOLO. So, komm, jetzt haben wir einen Stack, Block of Redzone, dann hat es bei Louis, brauchen wir eine nicht, wobei, komm, nee, brauchen wir nicht. Es ist so einfach geil. Oh, jetzt machen wir ihn hier. Fuck. Wir müssen an die Oberfläche. Wir brauchen ja ein Buch. Das habe ich völlig vergessen. Ich hätte das Leder nicht wegschmeißen dürfen. Ähm. Ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, dass werde ich diese Folge nicht mehr anfangen. Das wäre zu gefährlich. Deswegen machen wir hier ein bisschen Lagerarbeit. Und dann passt das. Guck mal, wenn wir jetzt die Ehre, dann können wir uns auf jeden Fall einen OP-Apfel machen. Dann wäre schon mal Vorteil gegenüber den anderen. Dann fahren wir noch ein bisschen runter. Fassen ja nix die Dinger. 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 Damit die auch mal gewächst und gedeiht hier, damit wir mal ein bisschen Brot bekommen. Später brauchen wir ja ein bisschen Essen. So. Dann machen wir jetzt ihn hier. Das können wir so machen können. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen hier Dingens. Dann müssen wir ein bisschen mehr Weizen haben, ein bisschen Brot. Damit mir das auch mal passt hier. Nein. Fuck. YOLO. Ich will groß diese Folge nicht mehr machen. Wie gesagt, ich würde gerne an die Oberflächen nur... Nein, das ist in dieser Folge zu stressig. Dann müssen wir halt aufpassen, falls sich jemand einloggt und so weiter und so fort. Das dauert halt ein bisschen länger und dann würde ich gleich direkt ausziehen. Und mir die Sachen schnappen. Wenn ich das zusammenkriege, wäre das geil. YOLO. Und dann haben wir jetzt hier schön viel Weizen. Und dann... Ich kann es dann auch nochmal an hier. So. Ich gucke es dir an noch. Schöner geht es auch nicht. Schöner geht es auch nicht. Wir grillen noch ein bisschen. Ja, das ist fertig. Wir sind über 14 Minuten. Es ist einfach so geil. 13 jemanden zieht sich rein, ey. Ich habe mich überlegen. Ich brauche zwei. Enchantment Table. Die Erschwert? Ja, ich kann bloß Panzer machen. Machen wir noch neu. Ne? 3, 6, 8. Geil. Das ist ein Dieber. Überall können wir uns hier rütteln. Die Erschauber machen. Keine Ahnung. YOLO. Da haben wir nämlich jetzt schon. Man weiß ja nie. Ja, wir können unseren OP-Apfel machen. Geil. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir langsam auch am Ende angekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder rein... Reinschneidt, einschaltet, zuschaut. Und, äh... Ja, wäre ganz chillig, wie gesagt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich mache mir jetzt noch ein bisschen den Dingens. Gehe den Neum schon nach oben. Dafür, dass jetzt Endy mal richtig losgeht hier. Dass Endy mal auf die Fresse gibt jetzt bald. Ich tatsche nämlich jetzt richtig rein. Aber jetzt geht sie mir richtig los. Hier nur Eisen drin, ne. Okay, dann müssen wir auch noch mitnehmen. Und dann warten wir noch, bis wir hier fertig sind. Warum wir das nächste Folge nicht tun. Können wir ja noch reinziehen in die Folge. Also schreibt mal, was ihr denkt, was wir jetzt noch so schönes machen können. Was wir so erreicht können. Und, äh, wer vielleicht als erstes auf die Fresse kriegt. Und dann sind wir jetzt bei 16 Minuten. Dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schaut dann wieder rein. Werdet ihr mich drüber freuen. Und... Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wieder Abgeschleckte.